Abubtis, wir sind wieder back und ihr seht schon, heute planen wir was Geiles, denn... Scheiß drauf, wir machen Koch-Video, ist echt drin, was vielleicht... Heute machen wir das so, dass wir einen großen Kreis haben und derjenige, der ihn als allerletztes verlässt, gewinnt dieses Video und kommt vielleicht mit gebrochenem Bein nach Hause. Wenn ihr wissen wollt, wie das passiert ist, guckt das letzte Dart-Video an. Wir sind die Gang! Die auch mitmachen. Und Daniel macht's unangenehm. Let's go! Im Prinzip müssen wir einfach hier drinnen bleiben, der Kreis wird jede Minute oder alle paar Sekunden immer kleiner, das entscheidet dann die Jury und wir haben Challenges, wo man kurz so ein bisschen schubsen und treten darf. Und Momo macht mit, by the way. Mein, mein, mein! Und Momo hat verloren. Erster ist raus. Ich fühl mich wie ein Sklave, Digga. Man darf nicht Handy benutzen und man ist jetzt einfach gefesselt hier. Man darf kein Handy benutzen. Also das könnte jetzt wirklich legit einfach eine Stunde dauern, zwei Stunden sind. Ich bin raus. Dein Ernst? Digga, stimmt. Ich dachte gerade, er meint wirklich ernst, Digga. Ich zähl den Kreis jetzt schon mal ein bisschen kleiner. Können wir mal rüber kurz? Äh, ich hab drinnen noch Chicken Wings. Kann kurz einer hier rüberkommen? Ich muss ein bisschen zumachen. Er macht den gleichen Witz einfach. Kai, jetzt musst du nochmal raus. Jungs, wir haben drinnen noch Chicken Wings. Stimmt. Ach ja, übrigens. Verdammte Scheiße. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt darf auch nur ein einziger Fuß raus sein. Nur der Gewinner der nächsten Challenge darf gleich auch mit einem Fuß raus. Oh, heiliger. Ich hab doch gar nicht Challenge verloren, hä? Okay, okay. Dann gibt es doch noch Challenges, oder? Es gibt noch Challenges. Soll ich uns zur ersten gehen? Ja. Erst Challenge direkt? Ja. Okay. Wen nehmen wir? Milkan. Ich gegen Milkan. Da ist nicht raus. Doch. Für die Challenge. Wir machen den hier drin. Der hat die fast gehabt. Du musst raus, Bro. Was? Er hat die fast gehabt. Nein, wir müssen für die Challenge. Ja, ja, ja. Was machen wir denn? Wir müssen auf dieses Ding gehen. Wer als erstes da hinjumpt, so auf den? Und der Gewinner darf? Was darf der Gewinner? Der Gewinner darf mit seinem Fuß auf einmal raus. Er darf sozusagen sich abstützen, falls er fast ausfällt. Wir machen gleichzeitig den Fuß raus, damit du mir nicht verarschst. Ich mein's ernst, Freunde. Es ist keine Verarsche. Komm raus. Ich mein's ernst. Mann, bist du hier, oder was? Nein, worin gehst du? Balancieren? Und der erste, der runterfällt, ist verliert. Warte, wir dürfen uns schubsen. Wir dürfen uns schubsen, Bruder. Ey, Digga, der wiegt jetzt zehnmal mehr. Ah, Mann, das ist sick. Ui, oh, der gibt mir einfach Faust. Tschüss. Okay. Du, Digander. Das war auf jeden Fall ein Lose, Digga. Ich bin sick. Hä? Aber warte mal, du bist die Seite raus im Kreis gegangen. Ja, das ist nur für die Challenge. Ja, eigentlich haben wir beide verloren. Eigentlich haben wir beide raus. Oder das ist doch für das Video. Ja, okay. Okay, gut. Ey, 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 ey. So, jetzt wird's richtig klein, Digga. Hättest du auch später noch zu können, ne? Okay. Boah, ist ja gar kein Problem, ne? Oder? Was sagst du? Was sagst du? Jungs, nervt man dich, Digga. Also, Digga, bis jetzt ist doch keiner draußen. Habt ihr noch irgendeine andere Idee? Wenn wir zum Beispiel... Hä? Schlau. Schlau. Ey, das darf er nicht. Das musst du als Gewinn, als Preis bekommen auch. Was harberst du? Wer trägt mit? Ja gut, ich setz mich auf. Ey, wer muss das? Okay, ich steh auf, Digga. Können wir noch enger ziehen? Hä? Noch enger? Ups, Vorsicht. Chill, chill, chill. Oh! Daniel? Hä? Noch ist nichts passiert. Okay, nächste Challenge. Nächste Challenge, jeder muss zehnmal im Kreis springen mit einem Bein. Was? Nur noch ein Bein? Aber hier drin. Gleichzeitig? Ja, gleichzeitig. Okay. Eins, zwei, zwei, zwei. Ey, ey, ich bin noch drin. Ich bin noch drin, ich bin noch drin. Ach mit? Nein. Schade. In meinem eigenen Video. In meinem eigenen... Bruder, ich bin einfach... Ich drehe mich auf einmal. Ich merke nicht, ich bin schon draußen. Egal, Freunde. Krankenwagen kommt schon für mich. Mach's gut. Hast du echt gerufen? Ja, ja. Okay, jetzt bist du Moderator halt. Erst bin ich Moderator. Kann alles machen, was ich will. Wer will mir einen High Five geben? Nein, mach nicht. Mach nicht. Er zieht dich raus, ne? Ich zieh echt nicht raus. Komm, welcher grinst. Was kriegt der Gewinner eigentlich? Gewinner? Ja. 1.000 Euro. Oh. In Monopoly, Mann. In Monopoly. Was? Ich will ja nicht sagen, aber Daniel hat eine Hundehaarallergie. Hör auf, Bro. Willst du den mal auf den Arm nehmen, Bruder? Ey, das ist echt frech. Dann geh weg, geh weg, geh weg. Digga, bis jetzt ziehen die gut durch. Wir müssen, glaube ich, enger machen. Ey, übertreibt doch nicht. Bruder, also so ist schon sehr gut. Das ist jetzt die Geile was passiert, ne? Sehr gut eng, Digga. Was ist alles zusammen? Als Maul, Digga. Wir haben unsere beiden Schoßen offen. Dann werden wir jetzt beide mit unseren dicken Ärschen schoßen. Nächste Challenge, oder? Nächste Challenge. Ich würde sagen, wir hatten ja gerade eben auf einem Bein springen. Wir machen es jetzt. Aber warum ist es jetzt eigentlich so ein Challenge-Ding geworden? Wir können doch einfach noch was schillen. Wir machen jetzt auf den Kopf springen. Ihr könnt doch einfach schillen. Aber dann sind wir hier drei Stunden. Machen wir auf den Kopf springen? Auf den Kopf springen? Ja. Willst du sowas machen? Okay, wir müssen miteinander Plätze tauschen. Also ich muss dahin. Du musst, wo ich bin. Hä? Ich darf für einen Fuß... Ich darf für einen Fuß... Ja, ne? Das gibt gar keinen Sinn. Für diese Challenge machen wir etwas, wo Milkan auch nicht profitieren kann. Ab jetzt darf er nur auf einem Bein stehen. Bis einer rausfällt. Hey, wait. Darf er mit einem Bein draußen stehen? Nein, nicht mehr. Moment, Moment, Moment. Ist das nicht ein Cheater, wenn er mit einem Bein draußen steht? Ja, ein Bein muss nur drinnen sein von ihm. Ja, L1, L2, R1... Also, ein Bein muss drinnen sein. Jeder ist auf einem Bein. Und das ist jetzt so lange, bis einer rausfliegt. Ich hol mir kurz einen Eistee oder so. Hey, Bro. Was denn? Ja, ich bin draußen. Ich hab mich abzustoßen, Digga. Du bist... Hey! Oh nein, Digga. Was? Oh nein, was ist denn da? Hey! 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 Und er war nicht vorbei... Nein, ich war verheid. Ich war auf ein, ich habe mich da rein. Ich bin ein. Er hat es so gemacht. Replay! Das... Ja. Ich bin wieder drin. Set rein. Ich glaube, Freunde, im Replay haben wir gesehen, dass Daniel raus ist.. Raus. Okay, die letzten zwei Finalisten. Ich hätte gedacht, das Video wird langweiliger. Das ist auch langweilig... Achso. Daniel, möchtest du die nächste Aufgabe auswählen? Sind nur noch die beiden übrig? Können wir Deathrun machen? Deathrun! Noch ein bisschen kleiner Oh mein Gott Wir wollen ja nicht übertreiben Denk dran, ich darf mit einem Bein draußen sein Also wenn du mich schubst, kann ich einfach so machen Und dich doppelt so drücken Was? Drücken, kissen Du müsstest eigentlich so ein Spiel spielen Wirst du jetzt Flings gewonnen, oder was? Jigsaw? Okay, ihr dürft euch jetzt nur Ja, ihr dürft euch nicht mehr berühren Und jetzt? Weiß ich nicht Und jetzt? Weiß ich nicht Wir warten einfach mal, wir haben Zeit Ich mein, die müssen doch stehen bleiben Wer dafür wäre, wer mehr Tabasco trinken kann? Warte, ich fahr vielleicht mal mit dem Roller Lass mal ein bisschen chillen Wir haben Zeit Ich mein, ey, derjenige, der gerne mitkommen will Essen geht auf mit Stativ Hä? Wo gehen wir essen? Ich sag's, wer jetzt mitkommt Wohin denn? Stehen wir dann? Aber wer jetzt raus geht Ja, du wärst dabei Ich würd jetzt essen gehen Einer muss halt hier bleiben Wegen dem Video Wir sind Burger King Egal was ich will Burger King? Ja Vielleicht? Wenn du jetzt raus gehst Du kannst gerne mitkommen Wir reden in meinem Büro Also derjenige, der raus fliegt Hat bei mir ein Getränk for free heute Abend Das ist mal erklärt Raus fliegt? Ja, wer jetzt raus geht Du machst jetzt so Wer jetzt freiwillig raus gekriegt Ein kostenloses Getränk Wer jetzt raus fliegt Hey, das ist unfair So was ist unfair Wer jetzt raus fliegt, kriegt ein Schade, dass Ahmed direkt meine Hose weg Ich mach die Weil deine kaputt gegangen ist Er heult über seinen Fleck rum Guck mal die Hose Er trägt mal die Hose Oh Oh Hat die Kamera nicht drauf gehabt, ne? Okay, ihr müsst jetzt beide den Tanz hier machen Was? Kann ich tanzen? Den Fortnite-Tanz Hey Ahmed, was machst du? Was machst du? Möckern, vielleicht musst du dafür an dein Handy gehen Wir versuchen jetzt einfach mal, dass beide nur auf dem Roller stehen Ach, ey, wenn wir so halten Ich halte So Was ist das? Einmal draufmöckern Ich halt's fest So Und jetzt lass ich los Das geht nicht Wer zuerst runterfällt Das tut vielleicht 10 Sekunden 15 15 Was machst du? Er hält dich Wackelt Was geht, ne? Oh Scheiße, ich verpiss dich, Digga Hey, jetzt Kurze Werbung Oh, scheiße, ich warte Oh, mein Mann Oh Juuuuh Möckern hat gewonnen Möckern hat gewonnen Ich glaub's nicht, Mann Warte, es muss auch einen Sinn haben, oder? Erstmal bekam ich halt 1000 Monopoly Geld Kannst Kohlrabi haben Ich mag Arabi Okay, Freunde, ich bin ehrlich Das Video endet hier mit War ein interessantes Video War das coolste Video, wo ich jedes Mal dabei war Überall Das war auch gar nicht einfach nur auf Krampf vorproduziert, weil ich in Urlaub fliege Wir sehen uns bald Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's